Ruheschmerz ist im Zusammenhang mit der PRVK oder mit anderen Beinen assoziierten Durchblutungsstörungen der Schmerz, der auftritt, wenn wir keine Muskelarbeit machen, also nicht laufen, nicht Treppensteigen, sondern in Ruhe beim Sitzen, vielleicht abends, wenn wir auf dem Sofa sitzen und Fernsehen schauen. Wenn dann schon Schmerzen auftreten, sprechen wir von Ruheschmerzen. Und das ist deswegen so wichtig, weil Ruheschmerzen eine Grenze zwischen der elektiv zu behandelnden Claudicatio Intermittens, also der Schaufensterkrankheit und der wirklich fortgeschrittenen, chronischen Extremitäten gefährdenden Ischämie darstellt, wo das Bein in Gefahr ist.